Sack! Ja, da siehst du mal! Das war das für ein Arzt, oder? Das war die Bremse. Ih, da schleift irgendwas. Wie beim Tower, bei der 1. Okay. Na dann. Kaputt. Weißt du das Handy? Ich glaub schon. Alkoholär? Nee, ich hab ja das Ding. Das ist der Akku angeschlossen. Ja, fährt der auch irgendwann nochmal. Ah! Aua, Aua, Aua! Ich mein, mit dem Mikasa ist das schon nervig, ne? Aber das ist egal. Oh, Alter! Das ist jetzt voll oben reingeschrumpft, ey! In die Hydraulikstempel! Hä? Das ist egal! Oha! Oha! Schau! In die Hydraulik! Stecken wir jetzt. Nein, ist nicht! Was? Nein! Oh, ich hab grad schon... Hydraulikstempel! Hahahaha! Das macht der normalerweise! Der ist voll da kann ich die Hydraulikstempel, hast das mitgekriegt! Alter, wir spielen ja dafür nochmal hochfahren. Nee, nicht mehr, ich hatte gerade Angst, wie er gefällt. Ja und, der war doch geil. Aber gut, der fährt nicht mehr so runter wie der Tower. Hat der gerade auf Notaus gedrückt, ey. Wie der oben reingeschrunt ist, Mann. Das ist gut, das Lied kann ich mal wenden im Video, das ist gut. Echt? Ja. Wo geht's eigentlich aus, Alter?